Liebes Paradoxon, heute schreibe ich dir einen Brief, der einige Fragen aufwirft. Ich bin 24 Jahre alt und hatte noch nie eine Beziehung. Wieso ist das so? Wieso gibt es so viele Menschen, die nach dem Ende einer Beziehung direkt in die nächste steppen? Wie kann man denn nur so schnell eine neue verwandte Seele finden? Und wieso sollte ich überhaupt eine Beziehung haben? Hat man nicht zu jedem Menschen in seinem Umfeld eine gewisse Art von Beziehung? Wenn ich einen Menschen besonders gern habe, kann ich die Beziehung zu ihm doch auch anders nennen, oder? Wäre das nicht einfallsreicher? Ich hoffe, du antwortest mir auf meinen kleinen Brief, Liebes Paradoxon. Dein Max Modestus